hallo willkommen zurück zu arg in der letzten folge konnten wir ja da oben ich glaube in der richtung da bei dem heus kann keine wände mehr setzen weil er wohl irgendwie keine ahnung so ein kleiner fehler ist oder so da muss der mal kurz nachdenken ja ich hatte jetzt die kiste gebaut und wollte erst mal so ein bisschen kram einsammeln wieder weil ich habe nichts mehr da ist noch ein dodo könnte man auch mal killen könnte auch mal ein stück fleisch essen ich habe mich hundert schon mal direkt zwei stück dann gehen wir auch mal ein bisschen wasser trinken hat immer nichts mehr so haben wir wieder wasser und dann pflücken wir noch mal ein wenig weil ich kann natürlich auch nichts anderes mehr bauen ich habe eigentlich schon alles gebaut aber können und ich muss auch mal eben ein bisschen holz glaube ich noch haben muss gleich meine waffen nicht reparieren wenn ich meine waffe nicht reparieren kann oder meine gerätschaften dann ist das schon eher schlecht so hier zack kaputt neu einmal reparieren bitte so hier ich habe meine zweite auch wieder reparieren meine achse wieder funktioniert jetzt pistert auch noch junge 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 im wetter ist man hier auf einer schönen insel und da fängt er noch an zu pissen ich habe da meine regenschirm gar nicht mit könnte auch nicht bringen naja der zaiuris schreibt gerade medieval engineers ja da könnte ich mit dem eigentlich auch mal gucken wie man das so endlich endlich können wir wieder was updaten wo ist das mein haus hin naja haus sieht eher aus wie eine abstellkammer als jeden haus so was haben wir denn da ich wusste noch eine kiste bauen aber erstmal machen wir hier irgendwas mehr ich weiß noch nicht was aha bei ihm läuft also arg auch noch nicht besser ja dann willst du an der grafikkarte liegen weil er hat dann nämlich eine etwas ältere ja ich glaube ich wird noch mal heels hier höher reden und dann schauen wir noch mal den habe ich erlernt für punkte haben wir überhaupt 17 sollte ich am besten irgendwas teures bauen oder parasauce saddle ja den haben wir doch sowieso ich müsste auch noch was anderes machen und zwar oh guck mal hier eine large storage box oh ein bogen ein bogen ein bogen ich will ein bogen haben und ein pfeil das ist doch schon mal ganz gut so dann kräften wir mal einen bogen wenn das funktioniert ich weiß nicht hier ein pfeil da braucht man dafür thatch, Flint und Fiber ja schön ich will erstmal einen bogen haben und da fehlt mir noch holz dann brauche ich noch ein bisschen holz für äh was ist der ausgang da holz, nir, axt wie machen wir mal holz macht er hier eigentlich kommt er da nicht durch oder was ey ich hab ihn nicht angegriffen geh weg ich stehe in ruhe ich hab dir nichts getan na au wieder nur holzhacken man so, Tür zu weg die der 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 du der der k цвет der Da kann man doch mal so einen Duck ausnutzen, würde ich sagen. Komm doch mal mit deinem Kopf hier durch, aber die Musik ist echt sehr laut, da ist er, da ist er. Ja, lässt mich jetzt in Ruhe, hast du dich beruhigt, hm, hm, ich glaube nicht, läuft immer noch hinterher. Mann, ich will einen Bogen bauen. Blödes Fies. Ich werde von einer Riesenschildkröte verfolgt. Kommst du auch hier hoch? Wohl nicht, wa? Hehehe. Gut, gehen wir hier rum. So, kann ich jetzt mal einen Bogen bauen? Ja, ich kann ihn bauen. Das Viech kommt schon wieder an. Oh, oh. Was ist aber ein Schattenviech, wa? So, ich gehe jetzt mal hin, bauen wir mal ein paar Pfeile. Ähm. Ja. Mach mal hier mal da hin, auf 5. Dann wählen wir die 5 mal aus. Und dann schauen wir mal, wie man denn so äh... Das Viech macht schon wieder meine Hütte kaputt. Ich werde keine Pfeile mehr. Oh, 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 oh. Nein. Lass mich hier weg. Oh, scheiße. Er ist hier. Ich habe keine Pfeile mehr. Mist. Geh weg. Und das Viech muss doch langsamer tot sein, ey. Der kann ja nicht sein hier. Junge, 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 Junge. Stirb. Stirb jetzt, Viech. Und das Viech. Warte, das Viech wird dann meine Hütte kaputt. Oh, der Slagsviech Oha, ich bin sogar tot Ich muss weg hier Das ist wieder typisch Dann will man einmal was machen Und dann kommt der Viech da wieder an Weil bloß da Das ist ein anderes Viech Oh, ey Kann man das Viech auch mal irgendwie killen? Ohne dass es mich killt Oh, mach die Tür zu Mach die Tür zu Sag mal Hallo Türe zu So und jetzt hier Äh Muss ich mal verbissen das Viech, ey Das nervt Flint Warte mal Flint hatte ich doch Äh Flint habe ich glaube ich hier drin gehabt So und jetzt hier ähm Haufen Pfeile machen So und jetzt ähm Fünf Großer blöde Viech So Gibt das Viecher mal auf? Endlich Endlich Meine Fresse Er hatte ich aber auch tausende von Pfeile gebraucht Guck mal hier Überall Pfeile So ausbeuten Guck mal ich kriege Musste eigentlich ne Menge bei rum springen Keratin Was kann ich denn mit Keratin machen? Ja hier muss aber so erstmal mein Grund hier wieder reparieren Was das Viech nämlich jetzt kaputt gemacht hat Da fehlt mir jetzt natürlich wieder irgendwas für Was auch sonst Da fehlt mir jetzt Fiber Ich habe kein Fiber mehr Habe ich aber in eine Kiste getan? Ne Natürlich nicht Ja dann würde ich sagen ähm Gehe ich noch mal ein bisschen Fiber sammeln Was essen muss ich auch schon wieder Bei mir lecker drei Stücke Fleisch Ich muss übrigens auch noch Fleisch auf dem Grill wieder schmeißen Sonst wird dann nämlich kaputt So Nur mal Fiber Hier nochmal Noch ein wenig So zurück Mal gucken Kann ich das Ding schon bauen Ähm Da 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 brauche ich einen von Damit das Viech mir nämlich kaputt gemacht hat So hier Wir haben aber wieder eine Hütte Und äh Legen mal eben hier Da nochmal das Fleisch rein Kann das auch gebacken werden Ja ich habe schon wieder geschissen Super Projekt aufsammeln Ähm Der hier So Boden wieder repariert Na ja Insufficience Ressources To repair Ja Muss ich wahrscheinlich aber Irgendwas haben für Was denn Was fehlt mir denn dafür Wo ist das denn Wo ist denn hier Äh Die Wand jetzt Da Tätsch muss ich dafür haben Ja dann äh Axt Die Wand Die Wand Die Wand Die Wand Die Wand